Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von der Mechanical Gaming. Das hier ist unser Vorstellungsvideo. Ich bin's, euer Manuel und heute an meiner Seite ist der Kardian, der auch bei dem Kanal mitwirkt. So, aber erst mal zu dem Kanal. Was wird es auf dem Kanal zu sehen geben? Erstmal, also am Anfang wird es jetzt verschiedene Videos zu Ermech geben. Was Ermech ist, Tipps und Tricks, Gameplay Videos werdet ihr dann in den nächsten Tagen zu sehen bekommen. Ja, das war's erstmal von mir. Jetzt kann auch der Kardian was reden, wenn er will. Ja, ich möchte noch sagen, von mir werden hauptsächlich Let's Plays kommen und auch viele League of Legends Videos, von wegen Guides und so weiter. Aber das werdet ihr ja noch sehen. Gut, dann war's das erstmal. Wir sehen uns jetzt dann gleich in-game wieder. Viel Spaß. So, willkommen zurück in-game. Was machen wir denn? So, wir versuchen jetzt da links den Punkt zu Rushen, habe ich gehört. Okay, dann lass das mal machen. So. Ja, sollte. Gut, dann bau jetzt am besten die Shackle. Wir machen ziemlich viel Schaden. Hab ich gehört. So, ich hab jetzt ein paar Shackles gebaut. Die rushen uns. Wir rushen. Go. Rushen einfach. Die müssen schneller. Ich hoffe, es funkt. Die 1099 lassen wir da und so ist. Go. Ja, lass die 1099 aber auf den Sockel stellen. Ich gehe back, Deffen. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass mir das gerusht gelingen wird. Sonst sind wir halt. Schwierig. Kriegen wir ihn ja zusammen. Okay. Hm. Wahrscheinlich nicht, ne. Die haben ja doch fast nichts, oder? Haben sie auch nicht, aber sie haben halt Sicht, ne. Ja, doch. Das geht. Locker. Mal gucken. Ich habe außerdem aus Versehen die Creeps geskillt, anstatt dem Damage. Egal. So, es ist gewonnen. Das war ein schöner rush. Okay, eine schnelle Runde. Gut, ähm, ich hätte gesagt, wir spielen noch so ein Gameplay, dann ziehen wir uns gleich. So, wir sind jetzt hier im zweiten Game. Ich hätte gesagt, Mitte und ich darf hier rechts. Also, ich hätte eigentlich gesagt, wir rushen direkt rechts. Rechts bei denen? Ja. Okay. Okay. Hm, ja. Lass das mal machen. Dann tun wir das. Halt. Ich hoffe, es funktioniert, weil wenn es nicht funktioniert, dann könnte das echt knapp werden mit der Runde. Ja. 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 Aber egal. Wir own alles. Wenn wir uns jetzt auch noch schneller rushen, wenn wir uns nicht. Wenn die uns jetzt rushen, dann, dann... Ja, die rushen uns. Ich habe noch so gesagt, ich darf oben. Nein, wir rushen. Komm, schicken wir direkt alles los. Los. Kannst du mal kurz bitte in die Base gehen und die neutrale Einheit, äh, ficken? Ja. Ja. Mal gucken, ob das diese Runde genauso gut funktioniert. Ja, hoffe ich. Aber die haben uns total gerusht. Sieht nicht danach aus. Sieht nicht danach aus, dass sie was haben. Also, nee, sie haben nichts. Ja, aber die backdown uns. Außer einem Level-Vorteil. Backdown die uns, bitte. Hä? Können nicht, backdown. Ach, bis dahin ist es locker vorbei. Ah, okay. Guck mal auf der ihr Leben, das schaffe ich locker noch. Ja, okay. Das machen wir. Ja, hätte ich gesagt. Ich habe hier noch voll die Gaming. Sehr schön. So, wüsste ich jetzt. Damit zwei schnelle Runden in Folge. Ja, ich hoffe, euch hat... Ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Weha, Pwn, alles. Wir raschen überhaupt nicht oder so. Und gehen Uhr auf den Lack und... Keine Ahnung. Was auch immer. Na ja, danke fürs Einschalten. Danke fürs Anschauen. In nächster Zeit kommen dann mehr Videos und viel Spaß auf unserem Kanal. Ciao.